Hier befinden wir uns im Hauptmenü. Dort ist die Spracheinstellung mit Türkisch, Deutsch und Englisch. Hier ist die Zeit- und Datumseinstellung. Hier ist die Lautstärke Aus- und Einschalter. Hier die Helligkeitseinstellung. Und hier noch die Kalibrierung. Nun kommen wir zu den drei verschiedenen Programmen. Als erstes gehen wir auf die R2SM-Einheit. Hier sehen wir auf der ersten Seite Programm 1 bis Programm 8. Und auf der nächsten Seite Programm 9 bis Programm 16. Grün steht für aktiv und Gelb steht für inaktiv. Die Kaltradzufuhr. Den Start- und Stopp-Knopf. Hier sieht man das gewählte Programm. Die verbleibende Zeit die das gewählte Programm noch zu laufen hat. Den Rohrdurchmesser. Die Motorumdrehung pro Minute. Die Zeit insgesamt. Und die Kaltradzufuhr Meter pro Minute. Programm starten und heften. Sie können die Programme 1 bis 16 beliebig ändern. Indem Sie auf Programm ändern gehen. Geben Sie Ihre Daten ein. Und drücken Sie auf Speichern. Als nächstes die STT 170 Einheit. Hier sehen Sie wie folgt die Programme 1 bis 8. Die Tabelle für die aktiven Geräte. Die Kaltradzufuhr. Den Start. Hier sehen Sie das gewählte Programm. Die verbleibende Zeit die das gewählte Programm noch zu laufen hat. Den Rohrdurchmesser. Die Motorumdrehung pro Minute. Die Zeit in Sekunden. Die Kaltradzufuhr Meter pro Minute. Programm starten. Heften. Sie können die Programme 1 bis 16 beliebig ändern. Indem Sie auf Programm ändern gehen. Ihre Maße eingeben. Und speichern. Als letztes kommen wir nun zur LSM 280 Einheit. Auf der ersten Seite sehen wir wie folgt Programm 1 bis Programm 8. Die Tabelle für die aktiven oder die inaktiven Geräte. Die Kaltradzufuhr. Der Start und Stopp Knopf. Das gewählte Programm. Die verbleibende Zeit die das gewählte Programm noch zu laufen hat. Die Schweißlänge. Die Motorumdrehung pro Minute. Die insgesamte Zeit. Und die Kaltradzufuhr Meter pro Minute. Programm starten. Heften. Sie können die Programme 1 bis 16 beliebig nach Wahl ändern. Indem Sie auf Programm ändern gehen. Hier befindet sich die Tabelle. Ihre Eingaben machen. Speichern. Hier sehen Sie die Kaltradzufuhr Startverzögerung. Stopp Verzögerung. Und die Verzögerung für die Linearführung. Verzögerung. Hier sehen Sie. Die Radfussir. Und die Untertitelung. Nur eine Untertitelung. Schöne必öse. Schöne.